Aufgabe P2.2. Zeichnen Sie die Parabel P im Bereich für X-Element im Intervall von minus 0,5 bis 3,5 in das Koordinatensystem ein. Um diese Parabel möglichst genau zu zeichnen, brauchen wir viele Punkte. Die lassen sich am leichtesten über die Tabellenfunktion des Taschenrechners berechnen, indem wir folgt vorgehen. Wir gehen auf y ist gleich, geben bei y1 die Funktionsgleichung der Parabel ein, stellen dann entsprechend unsere Tabelle ein bei Table Settings. Das Intervall ging ja von minus 0,5 weg, also starten wir mit minus 0,5 und als Schrittweite gebe ich jetzt mal 0,5 ein, damit ich möglichst genaue Zahlen, möglichst viele Zahlen bekomme. Wenn ich das gemacht habe, gehe ich zurück auf Table und erhalte jetzt meine ganzen Zahlenpaare. Zum Beispiel minus 0,5 minus 1,75. Dann der nächste wäre 0,0. Kennen wir schon. 0,5, 1,25. 1,2. 1,5, 2,25, den kennen wir auch schon. Das ist nämlich unser Scheitelpunkt. So, und jetzt, da bei 1,5 die Symmetrieachse ist, können wir die nächsten Punkte eigentlich ganz schnell einzeichnen. Weil es einfach symmetrisch sein muss. Wir müssen bis 3,5 einzeichnen. 1,2,3,3,5, also bis zu diesem Punkt. Versuchen wir noch möglichst genau die Punkte zu verbinden. Dann halten wir ungefähr so eine Parabel. 1,2,3,5, also bis zu "'Er спрос Custom", monst Egg. fem rightly. 1,3,5rite. oben. Jetzt istil zu liegen. Ich wäre ganz schön.